Die ganze Weltbevölkerung hat Probleme damit, ihre Klimaschutzziele zu erreichen. Die ganze Welt? Nein. Die KasslerInnen benutzen jetzt die kostenlose Klimo-App. Mit Klimo kann jeder sofort einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Hast du dich schon mal gefragt, wie hoch dein CO2-Fußabdruck ist? Das und vieles mehr zeigt dir die App. Lade dir jetzt die Klimo-App herunter.